Gereon Haumann, der Präsident der DEHOGA Rheinland-Pfalz, ist bei uns. Herr Haumann, wie funktioniert das Prinzip der DEHOGA-App ganz genau? Das Prinzip ist ganz einfach. Sie geben genau das ein, was Sie sonst auf dem Zettel händisch ausfüllen. Ihren Nachnamen, Ihren Vornamen, Ihre Straße, auch die Postleitzahl und Ihre Telefonnummer. Und fertig sind Sie. Wenn Sie das einmal ausgefüllt haben, sind Sie startklar für jeden Restaurantbesuch in jedem Betrieb, der mitmacht. Persönliche Daten natürlich, ein Stichwort, was auch hier wieder aufploppt. Wie lange und wie werden denn die persönlichen Daten dann auch gespeichert? Die Daten werden verschlüsselt auf einem deutschen Server gespeichert, einen Monat lang und dann automatisch vernichtet. Und dann wird sozusagen im Corona-Fall die Menschen, die beteiligt waren oder in dem Restaurant waren, dann auch direkt kontaktiert. Genauso wie mit der Corona-App, die wir ja eigentlich schon kennen. Etwas anders ist das. Im Infektionsfalls geschehen wird das Gesundheitsamt den Gastronomen auffordern, alle Gäste zu benennen, die zu besagtem Tag im Lokal waren. Dann und nur dann bekommt der Gastwirt einen Entschlüsselungscode, den er gemeinsam mit dem Gesundheitsamt anwenden kann. Und genau die benötigten Daten und nur die Daten dann vom Server entschlüsselt, herunterlädt, dem Gesundheitsamt aushändigt. Und damit hat der Entschlüsselungscode auch seine Wirkung verloren. Er ist danach wieder gelöscht. Jetzt müssen natürlich bei so einer App auch viele Gastronomien, viele Restaurants mitmachen. Was erhoffen Sie sich von der Wirkung dieser App? Machen denn schon viele? Haben sich viele Restaurants angekündigt, um zu sagen, ja, wir wollen diese App natürlich auch unterstützen? Wir haben schon eine entsprechende Nachfrage. Und alle die HOGA-Mitglieder, und das sind allein in Rheinland-Pfalz 4.500 bekommen die App kostenfrei. Und für alle nicht die HOGA-Mitglieder haben wir einen sensationell günstigen Preis von nur 10 Euro im Monat. Wenn Sie überlegen, dass der Aufwand, die Zettel zu verwalten, die Zettel zu schreddern, sicherlich eine Stunde am Tag kostet, dann sparen die Unternehmer, egal ob die HOGA-Mitglieder oder nicht, mit dieser App sehr viel Geld in Zukunft. Jetzt haben Sie uns was mitgebracht, natürlich auch Ihr Handy, was natürlich notwendig ist für diese App, und auch einen Barcode. Wie funktioniert das genau? Also ich gehe ins Restaurant rein mit meinem Handy, und dann halte ich es sozusagen an einen Code. Genau, ich gehe in das Restaurant rein, dort finde ich diesen Barcode, den scanne ich mit meinem Handy, indem ich auf die Fotofunktion gehe und das bestätige. Und dann habe ich direkt das Formular vor mir, was ich ausfülle. Und dann kann ich entscheiden, ob ich mich nur an diesem Lokal anmelden möchte, oder ob ich mich in der App registrieren lassen möchte. Im letzteren Falle brauche ich dann zukünftig nur noch beim Betreten des Lokals einmal auf den Code zu scannen. Und dann sind meine Daten im Server in Deutschland hinterlegt, mit den Daten, wann ich das Restaurant betreten habe. Und beim Verlassen des Restaurants scanne ich noch einmal den Code. Damit ist mein Aufenthalt bei Betreten und bei Verlassen registriert. Nachhaltigkeit ein Thema, kommt natürlich diesem Thema auch zugute, oder? Ja, allein in Rheinland-Pfalz werden wir hunderte Tonnen Papier sparen. Denn wir haben ja in Rheinland-Pfalz nach der Landesverordnung für jeden Gast einen eigenen Zettel. Und da können Sie sich vorstellen, dass da eine ganze Reihe Papier in Zukunft überflüssig wird, die Zettelwirtschaft beendet wird. Wir gehen davon aus, dass die Gastronomie ganz schnell die Vorteile kennenlernen und schätzen lernen wird. Und auch die Gäste. Die Gäste sind wesentlich sicherer, weil sie davon ausgehen können und in Zukunft auch das so sein wird, dass nur zum Rückverfolgen von Infektionsgeschehen Ihre Daten überhaupt jemanden bekannt werden. Dann wünschen wir natürlich auch, dass es ein Erfolg wird. Die DEHOGA-HEP. Vielen Dank, Herr Hallmann, für diese nette Unterhaltung. Unterhaltung.